Joho Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, die Sims 4 Zeit für Freunde. Heute kümmern wir uns ein kleines bisschen um Yuki, denn die hat nach ihrem Liebeskummer-Desaster ihren Job hingeschmissen und wird jetzt wahrscheinlich sowieso den ganzen Tag lang nichts anderes machen, als unter der Bettdecke hocken zu wollen. Vielleicht können wir sie ein bisschen rauszerren, nach draußen, in die schöne Welt. Naja, mal gucken. Pokémon Go gibt's ja bei den Sims leider nicht, sonst hätte ich jetzt einfach gesagt, wir... Oh, meine Pinnwand ist voll. Sorgen dafür, dass... Darf nicht? Ja. Sorgen dafür, dass Yuki rausgeht und ein paar Pokémon fängt, aber sowas geht halt nicht. Du musst bald in die Schule. Was machst du, Akito? Ich trinke ein Glas Wasser. Was dagegen? Nee, nee. Oh nein, ich seh schon wieder, die ganzen Dinger sind im Maximum... Was ist denn? Ich hab den Spielstand neu geladen und schon ist wieder alles im Maximum. Wieso hast du deine Hausaufgaben nicht mit dabei? Oh lol, ey. Alter, ich... Ich... Ich kann nicht mal... Seht ihr das? Ich kann nicht mal die Hausaufgaben... Wo sind die denn jetzt hin? Hast du die jetzt in deinem Inventar? Ja. Ich kann nicht mal die Hausaufgaben da unten reinziehen, weil... So wie ich halt schon hier bin, macht das Spiel das hier. Das hat's halt früher nicht gemacht. Ne? In der alten Version war das halt alles, Gott sei Dank. Nicht so der Fall. Ich hätte mal seine Hausaufgaben liegen lassen, das ist nicht unser Problem. Was unser Problem höchstens ist, ist, dass hier total viel Müll rumliegt. Wie wärst du mal mit aufräumen? Was macht Alendo gerade? Zack. Seht ihr das? Ich kann auch das ja nicht ausschalten, weil sonst wäre ich... Wobei, ich kann das ausschalten. Sonst komme ich nicht klar damit mit dem... Mit der Steuerung, aber doch kann ich doch eigentlich. Grafik, das ist es nicht. Audio, das ist es nicht. Musik nicht. Gameplay. Spielkamera. Scrollend am Bildrand. Weg damit. Anwenden. Ist halt jetzt ein bisschen Gewinnungsbedürftig. Jetzt muss ich halt immer so die Kamera bewegen, ohne dass das hier an dem Bildrand ist. Aber ich denke immer, da komme ich ganz gut mit klar. War halt ein bisschen früher ein bisschen smoother mit dem Scrollen am Bildrand. Das war eigentlich ganz angenehm. Und Alendo, was macht Alendo? Ah, Alendo war gerade hier oben. Und räumt jetzt alles auf. Und Svenja hat da Essen in Inventar. Und Yuki wacht auf und fühlt sich erstmal spontan total traurig. Das kann ich ja auch nachempfinden. So, Christina ist zur Schule und Yuki ist sehr traurig. Aber das ist... Du musst aber dringend was essen. Du hast furchtbar abgenommen. Ich weiß, bei Liebeskummer passiert sowas. Aber guckt euch mal an, wie dünn sie ist. Sie sieht doch überhaupt nicht mehr glücklich aus. Ihre Mundwinkel sind ganz weit unten. Och, Gottchen. Yuki, erstmal heute ist Dresstag gesagt. Sim, umziehen. Heute ist erstmal Dresstag. Heute gucken wir erstmal, dass wir vielleicht an dir das ein oder andere ändern können, um deinem musikalischen inneren Ich wieder Stärke, Zufriedenheit und Freude zu verleihen. Hm? Das klingt auch positiv. Slow Vigila. Ich hab natürlich auch mal was gemacht, was ich persönlich wichtig finde. Wenn sich der Charakter einer Person verändert, aufgrund von Kummer und Problemen, verändern sich natürlich auch bestimmte Merkmale. Und ich hab ja einfach jetzt mal so lange Merkmal düster und Einzelgängerin gegeben. Und wir müssen quasi daran arbeiten, das wieder zu ändern, damit Yuki wieder zu alten Yuki wird. Und der erste Schritt dahin ist einfach, sie ein bisschen aus der Lethargie ziehen und ihr das ein oder andere schicke, schöne Kleidungsstück an den Körper zu hängen. Vielleicht fangen wir mal mit den Haaren an. Du hast früher immer... Och Gott, sie guckt so traurig. ...immer bunte Haare getragen. Wie wär's dann einfach mal wieder mit was total Radikalem? Einfach bunte Haare. Was waren dann... Guck mal, die ersten Haare, die du je getragen hast, waren die hier. Und das war diese Frisur mit diesen Farben hier. Im Schwarz mit dem Bunt da reingetragen. Gibt es nicht noch mehr Haare, die mit Bunt zu tun hatten? Also auf jeden Fall mag sie die Farbe Pink und sie mag die Farbe Grün auch. Das ist wieder die alte Yuki, nur viel, viel dünner. Viel, viel dünner. Wenn sie mal mehr reinbringen können von diesen... Ich bin immer noch für lang. Also können wir sowieso erstmal nur bei den langen Sachen gucken. Dass sie halt von diesen Tönen mehr reinbringen, dass man halt mehr farbige Haare hat. Das ist aber auch hübsch. Die Frisur ist echt süß. Das steht hier auch sehr gut. Ja gut, sie kann ja sowieso alles tragen, ist klar. Ist halt die Frage, was machen wir draus? Machen wir vielleicht halt wirklich mal... Hier, das hat sie eine Zeit lang getragen in Rot, ne? Erinnert ihr euch? Also ich erinnere mich noch daran. Sidecut, das ist vielleicht ein bisschen radikal. Das hat tatsächlich so ein bisschen was Popstar-like. Wenn sie jetzt Musikerin ja werden möchte wieder. Wäre vielleicht wirklich sowas Wildes eine ganz coole Idee. Hm. Das ist ein bisschen sehr brav. Und das ist dann halt... Ja, schwierig. Okay, das ist natürlich cool. Da könnten wir die verschiedensten Grüntöne oder sowas nehmen. Oder mal was so ganz Abgefahrenes. Oh, das ist cool. Gibt's das auch noch in verschiedenen Varianten? Das finde ich ja cool. Das sind einfarbige, ne? Schade, ich hätte mir jetzt noch mehr von den mehrfarbigen gewünscht. Aber das hier ist ja jetzt so... Von den alten Haaren her... Yuki mal so richtig die Haare färben. Kann man ja auch die Augenbrauen färben. Sieht das sonst irgendwie seltsam aus. Die müssten natürlich dazu gefärbt werden, eigentlich. Und natürlich entsprechend die Augen auch... Äh, du sollst nicht in der Komplettbearbeitung sein. Und halt entsprechend irgendwie... Kontaktlinsen dazu. Aber das ist halt einfach schon wieder zu... Weiß ich nicht. Sie ist ja nun mal auch erwachsener geworden. So ist es ja nicht. Die Frisur müsste wie so ein Zwischending sein. Ein Zwischending aus alter Yuki und neuer Yuki. Etwas, womit sie sich dann halt quasi identifizieren kann. Von beiden Charakteren her. Das ist ja... Das ist ja die Garrett... Ich wollte gerade sagen, David Garrett-Friese. Sowas, wo die auf einmal herkommt. Hm. Ich wäre ja fast geneigt. Back to the roots. Das hier getragen... Gibt es das eigentlich auch ihrenfarbig? Ist alles in allen verschiedensten Farben gefärbt. Ist ja auch hübsch. Wollen wir mal wieder die ganz, ganz alte Yuki, so wie sie das früher getragen hat, nehmen? Das passt doch nicht so ganz so zu ihrem... Sie ist ja noch nicht ganz... Wir könnten ihr schon mal wieder diese Frisur geben. Und wenn wir sie dann ein bisschen so weit haben, dass sie sich wieder mit der Musik beschäftigt, dann färbt sie sich die Haare wieder. Was meint ihr? Fände ich eigentlich ganz cool so. So, dass sie jetzt quasi erstmal zur Zeit so ein bisschen auf so einem verhaltenen Trip ist. Einfach alles ist so ein bisschen verhaltener, ein bisschen stiller, ein bisschen, äh... Ja, wie soll ich sagen? Unglücklicher. Und dann arbeiten wir sie langsam da wieder heraus. Hm, was zieht mir ihr jetzt an? Du musst das ein bisschen aufträgen, damit man nicht sieht, wie Durzi geworden ist. Gut, ihr müsst ihr was zu essen geben. Sie muss mehr essen, Kekse und Kuchen. Holla, die... Hallo. Das hat sie früher auch viel getragen hier, ne? Das hier in Schwarz nehmen? Oder... Oh, das ist schön weihnachtlich. Was ist das hier? Oh, sie! Lass mal so ein bisschen Tristan nehmen. Waren hier nicht Dreiviertelhosen? Kurze Hosen, Jeans, Unterwäsche, Hosen... Dreiviertelhosen, da genau. Die sind ja eigentlich an für sich schon mal für sie so ganz cool, die Dreiviertelhosen. Das gab es doch hier auch in anderen Mustern. Das finde ich schön. Hochhackige Schuhe dazu. Das Armband passt schon mal ganz gut. Es ist einfach schon mal so ein Schritt zurück zur alten Yuki. Ganz langsam. Das steht hier immer noch sehr gut. Als Sportklamotten. Ja, wir sollten ihr Make-up jetzt noch überarbeiten. Was haben wir denn da? Nicht, dass es noch... Oh, das sieht ja noch düsterer aus. Jetzt können sie bald in eine Gothic-Band eintreten. Das ist eigentlich echt schon ganz schön. Ein bisschen wärmer von der Farbe. Dann sieht sie aus... Ey, hier sieht sie einfach auch voll verheult aus. Mit ist das gar nicht mal so schlecht. Hey, du bist so gemein zu deinen Sims. Ja, naja. Wir haben ja nun mal hier auch... Eine Geschichte. War mal nur die untere Lashline. Gab's da nicht auch hier nur die wenigen? Hier, das finde ich gut. Bisschen... Ne, das macht's nur noch schlimmer. Was nehmen wir denn jetzt für einen Lippenstift? Sowas Natürliches. Bisschen dunkler. Da sieht sie nämlich eigentlich gleich mehr ganz so dramatisch aus. Kontaktlinsen. Macht's nicht besser. Dann sieht sie zu wenig nach Yuki aus. So geht's doch. Das finde ich gut. Alles klar, alles okay. Hübsch aus. Da könntest du eventuell ein bisschen Eyeliner und Make-up auch noch was retten, damit du nicht ganz so fertig aussiehst, wenn du Sport treibst. Sonst guckt sie jeder an und denkt, okay, ist das in Ordnung mit dir? Kippst du gleich um? Achso, da können wir die Haare auch dementsprechend... Das wird auch hier ganz unten ändern. Als sie schlafen geht, können sie lang sein. Wenn sie unterwegs ist, muss ich sie auch wieder so zusammengebunden machen. Da vielleicht auch mal was anderes anziehen jetzt. Aha! Ja, was denn? Aha! Das waren die Kleider. Das hier war ja echt sehr, sehr hübsch. Mama, amor! Das ist ja voll aus wie so ein Gruselkind. Das hat sie, glaube ich, früher teilweise getragen. Wie viel erwachsener sie einfach mal aussieht. Aber das ist doch eher Abenddress, anstatt dass man mit Freunden weggeht. Das ist sowas mit Freunden weggehen-Dress. Das ist ein bisschen übertrieben. Nein, die Wimpern können da ruhig bleiben. Ich habe gesagt, die Wimpern dürfen bleiben. Dankeschön. So. Was haben wir denn da? Könnte man da irgendwie... So eine Kette wäre cool. Und Ohrringe. Achso, hier ein bisschen was Ausschweifenderes. Das Make-up darf auch ein bisschen extravaganter werden. Richtig, ja, richtig cool hier. Also richtig in die Vollen greifen. So. Ein bisschen Rouge. Das passt überhaupt nicht. Das steht hier nicht. Das hier steht hier dann da noch eher. Passt zu dem Dress. Strumpfhosen dazu. Ja, weniger. Einfach eher andere, hochhackige Schuhe. Ein bisschen was Frecheres. Schon mit Keilabsatz, ist klar. Aber irgendwas Frecheres einfach. Ja, das ist doch gut. Äh, was hat das jetzt mit dem Handgelenk hier? Ne, das sind die Ringe. Das wollen wir nicht. Okay, das ist ein bisschen overdressed jetzt. Ah, du übertreibst das wieder? Ja, ich weiß. Das ist auch too much. Das ist ja schon cooler. Die Uhrringe sind too much. Da könnte man dann auch was Dezenteres nehmen. Die Halskette vielleicht weg. Gibt's das hier noch in verschiedenen Varianten? Nochmal in mehr Lila und in mehr Blau. Das sieht auch gut aus. Können wir so lassen. Und dann gibt's dir sich halt vielleicht ein bisschen der melancholischen Musik hin. Das könnte ich mir gut vorstellen. Jo, finde ich in Ordnung. Damit wir in meiner Story ein bisschen vorankommen. Und es ist halt einfach nun mal auch so, dass, äh, wie soll ich sagen, ähm, wir können nicht, ähm, so drüber hinweggehen, was mit Yuki alles ja so passiert ist. Das muss ja Spuren hinterlassen. Und wir haben also jetzt ein richtiges Ziel, eine richtige Aufgabe, die wieder zu beseitigen. Ich weiß vielleicht nicht genau wie, aber das kriegen wir hin. Musik, versteht ihr, Musik ist die Macht der Musik, die Macht der Töne, die Macht der, äh, der Verarbeitung durch musikalische Komponenten, Kunst, Ausdruck. Yuki muss auch lernen, sich auszudrücken. Das war ja eins ihrer größten Probleme. Sie konnte sich nicht ausdrücken. Sonst wäre ja das alles nicht passiert. Ich könnte immer noch, ja. So, dann kannst du dich ja jetzt mal, äh, mit deiner Alltagskleidung... Oh, das stimmt, du hast ja noch mehr Alltagskleidung, die hätten wir eigentlich auch anpassen müssen. Bleiben wir einfach erstmal mal der hier. Und ich frage mich gerade... Moment, wo ist jetzt wieder die Gitarre in dem Inventar? Achso, die, die, die steht hier. Können wir dann, wenn wir jetzt hier ein Lied schreiben? Auch was... Jammervolles Klagelied. Perfekt! Nur das müssen wir hier ausmachen. So, Yuki. Was ist, du willst nicht? Willst du kein Jammervolles Klagelied schreiben? Wirst du so fertig mit Nerven? Habe ich jetzt kaputt gemacht? Notenblatt. Ähm... Achso. Jammervolles Klagelied fortsetzen. Na dann auf, komm. Nee? Nicht? Das klingt doch schön dramatisch. Sie kriegt halt einfach immer wieder so ein bisschen was von der alten Yuki zurück, so wie sie sich an die Gitarre packt. Seht ihr das? Das ist gut für ihren Charakter. Das gefällt mir. Alles, was jetzt schon wieder schön ist, passiert. Ich habe es nicht mitgekriegt. Was haben wir überhaupt alles im Inventar? Können wir das nicht mal in den Kühlschrank packen? Während Yuki hier an ihrem traurigen Stück arbeitet. An ihrer Ballade. Die Dinger da. Ach, die kann man auch in den Kühlschrank machen. Dann kann man wahrscheinlich auch backen. Na komm, auf da rein mit dem. Dein Gift holen, da kannst du dann auch immer futtern, damit du dich weiter unglücklich fühlst. Die Spritzen brauchen wir ja nicht mehr. Hier ist nichts mehr mit Arzt sein. Deo-Creme. Insekten abweisendes Mittel. Diese Tanzfläche, die nervt einfach auch. Wie blöde. Dass man immer mal sowas im Inventar behalten muss. Sondern total unübersichtlich. Fotos mit Sarah zusammen. Eigentlich fehlen ja auch so laute Erinnerungsfotos an die Zeit mit Thorsten und Mikesh. Ich finde es schön, dass wir bei den anderen Sims immer daran gedacht haben, das zu machen. Aber so bei unserer Kernfamilie haben wir total vergessen. Dass wir ja auch die ganze Zeit lang hätten Bilder machen können. Ich glaube, du musst dich mal um den Garten kümmern. Garten pflegen. Alles ernten. Ja, nein, doch. Also ist es spontan eingefallen. Stimmt, ich muss mich mal um den Garten kümmern. Aber erst schreibe ich noch diese Passage fertig. Irgendwie kriegen wir immer weniger Tantimen. Das ist nicht gut. Yuki verdient jetzt auch kein Geld mehr. Wahrscheinlich werden wir hier im Haus langsam alle so ein bisschen Geldprobleme kriegen, wenn das so weitergeht. Dass wir uns zusammen die Wohnung kaum noch leisten können oder so. Das wäre voll schlecht. Sarah könnte doch mal wieder ein Buch schreiben. Stimmt, ich könnte ein Buch schreiben. Wieso stehe ich jetzt hier oben? Ich weiß es nicht. Dann wäre es doch mal gut schreiben. Weiterschreiben. Magnetstürme im All. Mach doch mal. Was mit Jacob? Musst du das noch zu Ende? Einen entspannten Rhythmus fortsetzen. Dann kannst du ja... Du kannst ja mal deinen entspannten Rhythmus fortsetzen. Ja man, mein Leben ist nämlich voll geil. Da kann ich mich hier draußen hinstellen und... Doch nicht. Jetzt doch. Oh je. Aber ihr geht es schon langsam besser zunehmen. Was möchte ich hier machen? Wegen Pflanzen mit Tränen gießen. Ich gieße die Pflanze mit meinen Tränen. Ist gut, jetzt kannst deine traurige Ballade aufhören. Guck mal, jetzt ist schon... Die Welt sieht doch gleich schon viel besser aus. Seht ihr? Oh, okay. Naja, so viel zu dem Thema. Stellst die Gitarre dahin und gehst dich um deinen Garten kümmern, Yuki. Ist natürlich jetzt schwierig, ne? Die ganze... Also ich meine erst der Umzug und dann trennt sie sich. Und jetzt schmeißt sie quasi auch noch ihren Job hin. Entsprechend dessen ist das jetzt alles erstmal so ein bisschen... Ja, sie ist jetzt den ganzen Tag nicht mehr abgelenkt. So ein bisschen mit sich selbst. Sie muss unbedingt jetzt mit ihrer Freundin am Quatschen hier sein. Das geht gar nicht. Wir müssen unbedingt mit Sarah noch was unternehmen dann. Ähm... Und bei den Bäumen weiß ich überhaupt nicht. Es ist... Die sind irgendwie so ein bisschen... Können wir die nicht mal ins Familieninventar packen? Weil ich finde persönlich... Das wollte ich nicht. Kann man die nicht ins Familieninventar packen? Man konnte Pflanzen immer ins Familieninventar... Ins Inventar platzieren. Doch. So, ich finde die nämlich einfach auf Dauer so ein bisschen hießlich. Die Pflanzkübel kann ich nur verkaufen. Und die kann ich nicht ins Familieninventar. Ist klar. Was haben wir hier? Schreibtischlappe, Nervenhausstahl. Lauter Weihnachtsbäume. Ich meine, da können wir ein paar ins Inventar platzieren. Und... Ja... Ähm... Ich platziere mal gerade kurz hier draußen. Wir hatten noch hier... Was bist du? Das ist ein Brombeerstrauch. Dich müssen wir auf jeden Fall behalten. Das ist auch ein Brombeerstrauch. Was war das hier? Das war Karotten. Das ist ganz Inventar, weil... So cool sind die nicht. So, jetzt... Dann haben wir das hier mal ein bisschen sortiert mit unserem... Gemüsebädern. Ist das nicht immer alles da draußen? Das ist so ein bisschen viel gewesen. So. Okay. Wir haben also eine Aufgabe. Yuki glücklich machen. Wir wissen noch nicht genau wie, aber wir werden das hinkriegen. Erstmal soll sie sich ein bisschen der Musik widmen. Und Jacob kann ja vor allen Dingen... Wir können ja eigentlich zusammen... Schaut, dass man nicht mehr Bands gründen kann. Wir sind so cool, wenn sie eine richtige Band gründen. Irgendwann hier Girls, Girls, Girls. Stimmt, in der Ärztegruppe sind wir ja auch nicht mehr drin, logischerweise. Wir hatten doch hier Feel the Music. Das müssen wir mal ausweitern. Und dann müssen wir Yuki einladen. Und dann hat sie halt... Wobei, Leo ist in der Gruppe. Ist halt auch ein bisschen blöd. Aber sie haben sich ja wieder angefreundet. Sie haben ja wieder ihre Freundschaft, haben sie ja wieder zurückbegründet. Also... Das ist eigentlich ziemlich gut. Und Platz für eine Gruppe haben wir auch noch. Aber die Gruppen backen momentan so extrem. Das macht dann halt überhaupt gar keinen Spaß. Könnte sie halt einfach so passenderweise zu uns bringen. Musst du nicht auch arbeiten irgendwann mal? Sie nicht. Drei Tage bis zur Arbeit. Der Rest hier ist ja arbeitslos. Das heißt arbeitslos. Sie arbeiten ja von zu Hause aus. So, dann werden wir ja alles hier pflückt. Oh, richtig gute Brombeeren. Guck mal, Alter. Zehn Stück, ne? Und die geben uns sechstausend. Yuki ernährt alle durch ihre Arbeit als Gärtnerin. Das fühlt sich auch nicht mehr ganz so schlimm. Alter, das ist nochmal... Ich gebe nochmal sechstausend. Ey, ich verk... Ich, ich, ich... Was soll... Was soll mal arbeiten? Ich verkaufe Brombeeren, Leute. Ich werde Brombeerenverkäufer. Alter, mega. Die kosten hier auch nochmal... Auch nochmal tausend. Und schon sind wir wieder steinreich. Und da sind nochmal Brombeeren. Und... Sind das nochmal Brombeeren? Ja, Alter. Zwölftausend. Huch. Geht doch. Wie sie rausreißt. Oh, gratsch. Alter, ich... Wieso habe ich überhaupt andere Pflanzen hier angepflanzt? Das ist doch auch totaler Quark. So, Vivian, kannst du doch hier deine Melodie weiter fortsetzen? Dann geht es dir bestimmt auch bald schon wieder ein klitzekleines bisschen besser. Und dann müssen wir einfach mal mit unseren Sims ein bisschen was unternehmen. Und am liebsten würde ich halt mit Chrissy gucken, was wir da alles noch starten können. Was wir da alles machen können. Hatte ich die nicht heute Morgen gebeten, aufzuräumen? Nee, ich hatte Alento gebeten, aufzuräumen, ne? Svenja ist dollpatschig. Dollpatschig. Die Sims verurrache noch häufiger kleine Unfälle. Ja, ja, so ein kleiner Unfall. Ist das eigentlich die Wohnung unten für... Für Sarah ist die Wohnung unten offen, ne? Sie könnte eigentlich zu Yuki reingehen und... Alter, jeder hat diese blöde Tanzdinge da im Inventar. Und die Atme brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und sie... Hat sie nicht die kleine Yuki im Inventar? Ist das nicht die kleine Yuki? Ja, sie hat die kleine Yuki im Inventar. Du gehst jetzt deine Freundin spontan versuchen aufzumuntern. Ich meine, hier hat sich ja wirklich alles großartig entwickelt, ne? Kind. Mann ist ja... Also, sie sind ja verheiratet. Sie leben ja in wilder Ehe. Ja, so total wild ist sie jetzt nicht. Aber man kann sie ja so nennen, wenn man will. So, ich hab gehört, Yuki geht's nicht gut. Sie hat ihren Job hingesmissen. Mika hat mir alles erzählt. Da trastet immer alles weiter. Da werde ich jetzt wohl mal nach unten gehen und gucken, ob ich ihr nicht eventuell helfen kann. Sie muss sich auf jeden Fall keine Sorgen um Geld machen. Ich verdiene Notfalls für uns beide, wobei ich befürchte... Ähm... Jetzt hab ich's ein bisschen einmal im Kreis gedreht. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hinwollte. Yuki! Gucki, Lucki! Ähm, ähm... Versuchen aufzumuntern. Komm schon. Lass dich aufmuntern. Jetzt geht's mal ins andere Zimmer. Ich guck aus dem einen Zimmer ins andere Zimmer. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht hab. So, jetzt... Jetzt hab ich da erstmal voll keinen Platz. Oh Gott, Yuki, weiss! Oh mein Gott! Äh, 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 äh... Äh, äh, äh... Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Los, auf geht's. Es wird alles wieder gut. Ich bin für dich da. Weißt du, ich bin deine besteste, 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 besteste Freundin. Wir kriegen das wieder hin. Jetzt gehen wir dich erstmal, äh... Ich glaub, das hat mit der Aufmuntern jetzt nicht ganz so funktioniert. Okay. Nee, was? Ich hab jetzt meinen Job hingeworfen. Das wird alles wieder. Ich glaub, das war die richtige Entscheidung. Ach so, okay. Also, du jetzt nix mehr Arzt, aber du kannst trotzdem immer noch Medizin smuggeln für mich. Weißt du, wenn ich wieder was brauche? Gegen Erkältung. Hust. Oh. Yuki möchte sich nicht aufmuntern lassen, wenn... Wenn sie... Wenn sie traurig ist. Sie ist halt jetzt merkmal düster. Da ist das halt ein bisschen anders. Huch, falscher Charakter. Was können wir da machen? Äh, wir könnten... Wir könnten... Rumblödeln ist, glaub ich, jetzt nicht so gut. Dramatische Geschichte ist doch bestimmt für jemanden, äh... Wer sich gerade in seiner Selbstmitleidstour, äh... Alt und, und, und... Gar nicht anders kann. Ist doch eine dramatische Geschichte doch sicherlich sinnvoll. Ich mein, das, äh... Okay, das war gut. Kaffee trinken. Kaffee trinken ist voll ne gute Idee. Ähm, ähm, ähm... Mehr Aktionen zur Runde hinzufügen. Und dann könnt ihr beide doch zusammen... Kann man hier... Yuki geht erst mal... ins Bad, oder was? Was macht sie da? Gas Wasser nehmen. Könnt ihr euch mal hier zusammen... Wie weiß ich, wenn ihr euch zusammen hier hinsetzen würdet, oder sowas? Manchmal so, ich klicke was an. Es braucht Ewigkeiten, bis was passiert. Hier auch. Du kannst doch mal hier... Nicht Personal einstellen, sondern bedienen. Jacob, du gehst jetzt mal bedienen. Du kannst auch deine Gitarre mal in deinem Inventor behalten. Ähm, dann gehe ich jetzt mal Barista spielen. Soll Christina den Klassenreiber am Theodor zu dich einladen? Ja, Mensch, das klappt ja richtig hier. Oh, voll, super! Jetzt habe ich, glaube ich, voll gefreut. Theodor, warte doch mal! Ich habe immer noch keine Stimme für sie. Könnt ihr... Was könnte sie denn für ein... Für ein... Für ein Sprechstil haben? Oh, sie könnte also ein bisschen tickig und affektiert klingen. Ja, dann bin ich einfach ein bisschen zickig. Wäre einfach ein bisschen zickigeres Kind als die anderen. So. Mit einer Drei ab. Wir haben eine Drei gem... Ist doch gut, wenn meine... Drei ist doch gut. Tränk bestellen. Zum Bier trinken. Mokka. Und du willst ja auch... Trink bestellen. Zum Bier trinken. Einen Cappuccino. Da sieht die Welt gleich viel besser aus. Ja, Mann, ich bin jetzt heute mal Barista, ne? Barista, Rista Mexicana. Was wollten wir haben und so? Sag doch mal. Also, ich hätte gerne einen Cappuccino. Ja, Satz, für mich machst du jetzt mal so einen richtig schönen Mokka. Ja, Mann, voll geil, ne? Kriege ich auch Geld dafür? Voll gut. Oh, ähm. Wollt ihr zusammen nicht irgendwas machen? Rumblödeln, beleidigen? Äh, Gruppen ansehen? Was ist das denn? Ne, lass das mal. Äh, hier. Interessen reden. Achso, da kann man sich nur so Gruppen ansehen. Da liegen immer noch Hausaufgaben. Können wir fremde Hausaufgaben machen? Okay, oh Gott, derzeit ja auch schon wieder den Part zu beenden. War heute ein bisschen längeres Special-Folge, weil wir ja auch umdekoriert und umgestaltet haben. Und vielmehr die Klamotten von Yuki ein bisschen umgestaltet haben. Äh, in der nächsten Folge wird's dann sicherlich wieder ein bisschen konkreter, was die Story angeht. Da werde ich mir nämlich mal jetzt Gedanken machen, was wir vielleicht alles Schönes tun könnten. Gerade mit Akito hatte ich ja noch einiges vor. Und wir sind's das nächste Mal wieder bei Let's Play The Sims 4. Bis dahin. Und wir sehen. Bis dahin. Bis dahin.